Hallo, liebe Kurzfilmer. Kurzfilm ist wie kurzer Sex, also ein Quickie. Und manchmal ist er gut und manchmal ist er schrecklich. Also muss man einen neuen Kurzfilm machen. Und ich bin auch dafür, dass man Preise gibt für gute Kurzfilme, aber auch die Prügelstrafe für schlechte Kurzfilme. Und ja, im Iran würde man die Hand dafür abhacken und hier ist es doch relativ human. Also gebt euch Mühe, euer Rosa von Braunheim.